Krieg ich ein Selfie? Hey Peter! Miles, hast du die Aufgaben fertig? Ja, ich weiß jetzt, warum das wichtig ist. Aber hör mal, diese Entschießer in deiner Tasche, sind die für mich? Ja, aber erst wenn du bereit bist. Was wolltest du an meiner Tasche? Sie war offen. Ich konnte sie sehen und mir ist aufgefallen, dass die Düsengröße und Form mit deinen übereinstimmt. Ja, und? Nach dem Huck'schen Gesetz besteht bei gleichen Faktoren ein linearer Zusammenhang zwischen Kraft und Dehnung. Aber wir beide sind nicht gleich. Wow, du hast recht. Schon ein paar Pfund beeinflussen die Dehnfestigkeit, den Netzflüssigkeitsverbrauch und anderes. Aber ich hab schon alles berechnet. Wenn wir den Düsendurchmesser einfach um 0,7 Millimeter verringern, gleicht sich alles aus. Ich glaube, ich hab dich ganz offiziell unterschätzt. Das ist gut, oder? Du bist anscheinend mehr als bereit für die Praxis, sobald ich mit Hammerhead fertig bin. Ja! Kann ich in der Zwischenzeit schon mal mit den Netzschießern üben? Nein. Und wenn du nur das Haus verlässt, blase ich alle ab. Mann, der coolste und spießigste Superheld aller Zeiten. Entschuldigung, Verzeihung! Hey! Ich bin, dass meine Kollegen sehen. Soll ich dir solche Faktoren? Weiter, Mann! Ich habe jede Menge Sprung. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Hammerheads Truppe gegen einen Sable-Agenten. Nicht gerade ein fairer Kampf. Sorgen wir für Chancengleichheit. Was? Das ist nicht so vergleichend zu dem, was der Bunker anwürdig ist. Der Bunker anwürdig ist der Sterben, Held. Wir haben zu viele von uns erwischt. Schröten! Rombter! Hey, du musst mir mal zeigen, wie man das macht. Das ist eigentlich keine große Kunst. Ich versuche nur da zu sein, wo die Kugeln nicht sind. Tja, ich schulde dir was. Was wollten die Kerle? Das hier sind Hilfsgüter, die für Simcaria bestimmt sind. Hast du von den Unruhen gehört? Ich hab gehört, es ist ein Bürgerkrieg. Das stimmt. Tja, diese Kerle haben mich angegriffen und das meiste mitgenommen. Wo sie hin sind, keine Ahnung. Ich halte Ausschau und melde mich, wenn ich was finde. Schön, dich kennenzulernen. David. David Obademi. Spider. Spider-Man. Okay, das klang in meinem Kopf irgendwie besser. Hey, MJ. Peter, du musst nach Soho und einen Hinweis überprüfen. Eine meiner Knastquellen hat erzählt, dass Hammerheads Jungs immer in dieselbe Pizzeria gehen. Vielleicht kannst du sie verfolgen und Hammerheads Lager finden. Weißt du, ich hätte gern mal ein Telefonat, bei dem wir uns von unserem Tag erzählen. Die normale Leute. Okay. Also, Schatz, wie war dein Tag? Tja, ähm, Shable und ich haben Schurken erledigt. Ihr arbeitet also doch zusammen? Theoretisch. Ihr beide müsst das irgendwie hinkriegen. Hammerhead ist zu stark für einen allein. Meine Quelle hat auch noch gesagt, dass Hammerhead sich mit dem Projekt Olympuszeug, ich zitiere, noch weiter verbessern will. Noch weiter? Er war doch schon ein Panzer auf Beinen. Genau das ist es ja. Ihr beide müsst ihn aufhalten, bevor er unaufhaltbar wird.